Woran erkennt man Populismus? Es ist der Anspruch seiner Protagonisten, die einzigen wahren Vertreter des Volkes zu sein. Das auszusprechen, was doch eigentlich alle denken. Wenn diese selbsternannten Volksvertreter trotz der vermeintlichen Mehrheit hinter ihnen keine politische Macht erhalten, dann liegt das entweder an der Verschwörung der herrschenden Eliten oder eben an den Lügen, die in den Medien verbreitet werden. Wolfgang Palawer, Professor für Systemische Theologie in Innsbruck, bezeichnet den Populismus als eine Politik der Angst in einer Jagdgesellschaft, die Jagdmache auf Sündenböcke für die eigenen Ängste. Das ist eine gewisse Angst, im Wohlstand abzustürzen, so der Optimismus der 60er, 70er Jahre, dass unsere Kinder es besser haben werden, ist gewichen, dass man sagt, kann man dieses Niveau halten, das ganz stark zusammengeht mit einer wachsenden Ungleichheit in den Einkommen, in den Vermögen, im Besitz. Ein zweiter angsttreibender Faktor ist natürlich die Individualisierung, der einerseits eine schöne, befreiende Wirkung hat, aber auch als Schatten- und Begleiterscheinung eine zunehmende Einsamkeit, ein Misstrauen, zu wenig Austausch unter Menschen. Und das steigert die Angst. Nach den ersten bedeutenden Wahlerfolgen der österreichischen Rechtspopulisten der FPÖ habe sich die gesamte Parteienlandschaft des Landes nach rechts bewegt, so Wolfgang Palawer. Der Wissenschaftler spricht von einem Spiel der Angst, das nicht nur von Politikern, sondern ebenso von Teilen der krisengebeutelten Medienbranche betrieben werde. Es ist natürlich nicht nur den Medienmachern und den Medien allein vorzuwerfen, sondern es liegt natürlich auch am Verhalten von uns Konsumenten. Uns interessieren auch Skandale schneller. Und es ist eben eines der Probleme, dass mit Angst Medienunternehmen auch ihre Geschäfte machen, wie übrigens auch die Politik natürlich in großer Versuchung ist, dieses Spiel mit der Angst zu treiben, weil man eben, wenn man Ängste anspricht und verstärkt, zumindest kurzfristig Erfolg haben kann. Die rechtspopulistischen Parteien Europas folgen ein und derselben Kommunikationsstrategie. Mit verbalen Provokationen wird zunächst mediale Aufmerksamkeit geschürt, bei Bedarf werden dann allzu offen aufhetzende Inhalte nachträglich relativiert. Auch thematisch spielen die europäischen Rechtspopulisten auf derselben Klaviatur. Die Angst vor einer Islamisierung Europas und die Fundamentalkritik an den politischen und wirtschaftlichen Eliten an der Macht vermischen sich mit einer diffusen Vorstellung von der Treue zu nationalen Traditionen. Georgia Bulli, Professorin für Politikwissenschaften an der Universität Florenz, bezeichnet die italienische Lega Nord, die als eine der ersten fremdenfeindlichen Parteien Westeuropas in ein nationales Parlament einzog, als den Prototypen europäischer Rechtspopulisten. Dieses Konzept von einem homogenen Volk ist strategisch von der Partei in den verschiedenen Phasen anders benutzt worden. Einmal war das Volk das Volk von der norditalienischen Region, ein anderes Mal war das Volk von den nicht korrupten Leuten, ein anderes Mal war das Volk von den Bürgern, die sich wehren gegen die Migration, gegen die Angehörigkeit Italien zu der Europäischen Union. Also dieses Konzept vom Volk, die Lega Nord war immer in der Lage, das zu benutzen. Und von diesem Gesichtspunkt ist die Partei, glaube ich, ein Vorbild gewesen, auch für andere Parteien. Das Gefühl der permanenten Krise mache den Weg frei für politische Extreme und Experimente, so Georgia Bulli. Wie das Beispiel von Beppe Grillo mit seiner Fünf-Sterne-Bewegung zeigt, können diese freilich auch nach links ausschlagen. Die traditionellen politischen Lager lösen sich zunehmend auf. Die rechtsextreme Bürgerbewegung Casa Pound Italia, die sich selbst als die Faschisten des dritten Jahrtausends bezeichnet, vermischt bewusst Symbole, Slogans, Ziele und Kommunikationsstrategien, die bisher dem linken Lager zugerechnet wurden. Auch aus Polen berichtet der Politikwissenschaftler Raphael Pankowski von professionalisierten Strategien der Anhängergewinnung in rechtsextremen Kreisen. Einige der rechtsextremen Gruppen haben große Anstrengungen unternommen, fremdenfeindliche und nationalistische Ideologien gerade unter jungen Menschen zu verbreiten. Sie benutzen verschiedene Kanäle, die Pop- und Jugendkultur, den Fußball, die Musik und die sozialen Netzwerke. Und leider haben sie einen Markt für ihre Ideen gefunden und Territorien erobert. Heute ist eine große Anzahl der jungen Menschen in Polen weniger tolerant und weniger demokratisch eingestellt als ihre Eltern. Diese Elterngeneration hat die Diktatur und den Autoritarismus in Polen miterlebt und weist daher zivile Freiheiten mehr zu schätzen als junge Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Das Bedürfnis nach einfachen Wahrheiten in einer zusehends unübersichtlichen globalisierten Lebenswelt sowie die Suche nach einer starken Führungsfigur machen Populisten gerade auch für junge Menschen attraktiv. Dies und die traditionelle Ablehnung der liberalen Gesellschaftsform erkläre die enge Bindung europäischer Rechtspopulisten mit der autoritären Regierung in Russland, erklärt der Politikwissenschaftler Henning Flath. Die Nähe zur russischen Regierung konnte man schon ganz früh in Dresden bei den Pegida-Veranstaltungen sehen, als dort jede Menge russische Fahnen wehten. Wir können es umgekehrt sehen, dass bei größeren Veranstaltungen von manchen rechtspopulistischen Akteuren immer wieder Menschen aus kremlnahen Thinktanks aufgetreten sind. Ein weiterer Faktor ist, dass von Anfang an die Pegida-Veranstaltungen im Internet übertragen worden sind von einem Sender namens Russia Today und der ist zu 100% unter Kontrolle des russischen Staates. Zugleich verfolge Russland durch die gezielte Förderung populistischer Bewegungen in Westeuropa die Destabilisierung des demokratischen Systems, so Henning Flath. Um eine breite gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen Bewegungen kommen die liberalen Mehrheitsgesellschaften Europas längst nicht mehr herum. Der Innsbrucker Theologe Wolfgang Palawa forderte auf der Berliner Tagung über den Vormarsch der Wutbürger eine neue lokale, aber auch grenzüberschreitende Solidarität, die weder Sündenböcke noch Schwarz-Weiß-Schemata brauche, sondern mehr Grautöne. Der Dialog mit Andersdenkenden und seien sie auch Populisten sei eines der wichtigen Rezepte gegen die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung.